Drin Goodbye, my darling, goodbye, my friend Oh ne, so was zieht nicht Oh, sie ist gerade gespawnt Nach den üblichen Verdächtigen Hm, wisst ihr was, ich glaube, da kommt gleich ein Hunter Team von gegenüber Meinst du? Ja Aus der Lost Station, oder? Ja, weiß ich noch nicht, wo kommt der bestimmt rein Wann da jemand den Emulator verprügeln? Danke, ich geh nach oben Wenn ich nicht da währenddessen von einem Team getötet werde Na, guck mal, ich hab auch einen 108er Ping, das ist natürlich auch nachteilhaft, ne? Ich würde nachher mit High Ping spielen, Alter, und wir wundern uns, warum hier... Ich seh nix aus der Reichweite Jaja, also ich muss mal sagen, auf den ganzen Servern, auf dem wir auf die Fresse gekickt haben, das war ein European-Server Dankeschön Ich leg dich auch Ey, du bist so eine Muschi Warte mal Aber auch Ciania spielen, mit einem 300er Ping, ja, ja Wegen so'n bisschen Ping Wer von euch beiden war, der der grad Muschi getötet hat? Ich nicht Ich auch nicht Ich weiß immer nicht, wer von euch beiden wer ist Ich bin... ich hab'n Crossbow, Alex Ah, Lost Löffel hat... ja, gut Was soll denn los, Alter? Der wird grad vom Dicken verprügelt, weil er einen Piping hat Na? Na? Oxy, Alter Was blutest du? Ich brauch'n Health-Kit Äh... Gibt's nicht Kannst mit der Flair niemanden anzuhören Achso, ne, dann hab' ich aber überhaupt nichts gemacht Ich brauch'n Health-Kit Ich brauch'ne zu leeren Pause So, jetzt weiß ihm jeder, dass wir da sind Auch gut Na, dann auf geht's Sonst macht das doch kein Spaß Hier geht vor... Ja, mir macht's auch Spaß, wenn wir gewinnen Ja gut Das liegt ja jetzt, äh, an dem... nicht an uns Weil das liegt an dem High-Pink Ne, wir sind ja nicht einfach... wir sind ja nicht schlecht Die Gegner sind einfach nur besser Das stimmt Oder ist ein... ein Specki Der jetzt brennt Und... Loot-Box Ich würde mich immer noch über'n Health-Kit freuen Dann nur noch eins, du hast doch schon eins dabei Ja, aber ich... Ah Wart ihr das? Hä? Weiß ich nicht, das war's doch du, du Fugel Nein, ohne Scheiß Da ist er dann... Dann sind da... Ja, da sind Gegner Okay Hoch in den Turm Hehe, kann ich nicht Alle Türen sind zu Ich bin oben Jetzt wissen sie auch, dass wir hier sind Ne, noch nicht Warte Doch, aua Jetzt wissen sie, dass wir hier sind Sind die drin, oder? Hast du mich grad angeschossen? Nein! Die sind drinnen! Geil Wo sind denn die? Hinten, helf mir! Die ist hinter mir Ich komm, Momlanze Eine hab' ich Den zweiten hab' ich Junge, die Bombenlanze ist so scheiße OP Wo ist denn der andere? Der letzte? Zwei sind hier oben, weiß ich nicht Ich loop mal Gut, jetzt mach' ich grad' das, was der andere mit uns gemacht hat Ich sag' doch, die Bombenlanze ist scheiße OP Okay Mh, haben wir Feuer? Die Fackeln liegen hier bestimmt rum Hier liegt ne Fackel Da Lootet mal halt beide die Typen Dann kann ich die anzünden Oh ne, ich nehm' mir erstmal hier die Na, wie heißt du denn? Lebell Irgendwie Bock drauf Kann ich Feuer werfen? Ne Ja, kannst du Mati lootet noch? Ja, ja, mach mal Vorsichtig Mach den erst Jetzt machen wir hier auch Toxic und Ultra Bombenlanze Leine, war dir das mit dem Feuer? Ne, das warst du doch Nein! Nein, weil du genau da standest Ich hab grad den Puck gelootet Wie soll ich denn da Feuer werfen? Das hab' ich ja nicht Ich will noch mehr hier rumbekommen und dachte mir, Mati und Dicker Ja, klar, das war bestimmt Mati Mati, Dick, mh, ja, stimmt Und man, sollen sie mal hier reinkommen Ja, also Bombenlanze ist OP, wie ihr gemerkt habt Ich war super low OP und hab trotzdem beide getötet Brennen beide denn wenigstens? Ja Das ist halt dumm, Alter Ich lauf da rum, schnetze die einfach one shot weg Und die sagen sich, oh, warum haben wir eine US-E-Sat gewählt Beide, beide mit einem Und wer da noch einen Viewer? Ja, ja Ich hab immer einen Viewer Lass'n einen BOMBENLANZE Warum bin ich eigentlich alleine hier? Wo seid ihr schon wieder? Ja, die Bombenlanze kann doch auch alles alleine Ich kann mich nicht alleine verteidigen Nö Warte, hier, das Video kannst du nicht hochladen Wir zünden sofort Leute an, nachdem wir sie getötet haben Ist auch Das ist ja mega toxisch, was wir hier machen Ist nicht nice Warum kommt hier jetzt so viel Licht rein? Guck mal bitte hier nach unten Ja, wo kommt denn das Licht? Ja, hier ist ja nix Ich weiß nicht, ich muss die ganze Zeit pinkeln Ja, aber guck mal hier nach unten, auf den Zug Wie hell das hier ist Ja, du wieder Du und Züge immer, das ist immer das gleiche mit dir Bist du ein Wetterfrosch, oder was? Komm, wir gehen Ich hab keinen Bock mehr zu warten Er ist zu profil Oh, das war so scheiße Komm, wir gehen die Spinne holen Ja, warte Hier liegt Munition Munition nehme ich Und der andere denkt sich, cool, ich kann die wiederbeleben Ja, dann soll er doch Die sind doch schon ausgebrannt Ja Also, entweder sind sie ausgebrannt oder so Lohabweh, dass sie keinen Spaß mehr am Spiel haben Richtig Links und rechts sind Krähen Schön kaputt gemacht, das Spiel Laufen wir gerade zur Spinne, ja, ne? Oh Ach Leute, Alter Links und rechts sind Krähen Hier kommt der Elefant Ja, wir laufen gerade zur Spinne Ach komm Es macht doch auch Spaß mit mir So ein bisschen Ja, so wie ihr trampelt wäre es auch egal gewesen Ach so, jetzt scheiße Ja, jetzt trampeln wir Oh, da sind zwei Ja, macht doch nix Ich mach ihn doch kaputt den einen hier vorne Er läuft weg, er läuft weg Was tut er? Oh Was machen die denn? Sind die komplett blöde? Oh Das ist... Dieses Spiel ist so scheiße, Alter Er rennt die ganze Zeit im Kreis Ich triff ihn nicht Das Spiel ist echt für den Arsch Ich link hier Aufpassen Nicht hier unten reingehen Hier unten sind 23 Milliarden Zombies Die können wir da lassen Hier, rotes Pass Nicht da lang gehen Ich hab ein paar... Ach so, hast du die... Ja, das ist so schön Das Fenster ist gut Hier ist zu Da ist zu Ganz oben in den Vorhang oder so legen Ist alles zu hier unten Hier Hier Macht die doch nicht kaputt? Doch, geht jetzt runter, weil die oben gefallen sind War eh nur einer Ja, war nur einer Hallo Alex Ich bin wieder da Woher warst du das? Weil ich das knistern vom Headset Hier knistert gar nix Also im Fort wurde vorhin geballert Okay Komm, Alter, ich strafe vor der Kiste Werde durch den Ping nach hinten gesetzt Und pfff, löst die Falle aus Was für ein Ping hier ist wieder kein Ping Das ist welcher europäischer Server Stimmt Danke, Host Was ist Host? Host Dublerfahrer Melvin, ey Geht die Bumptlands jetzt eigentlich mal die Stille machen oder? Ja, wir müssen nochmal ein bisschen vorbereiten Ich mach die jetzt Ja, dann mach mal Hab ich ne Ausdauerspritze? Ja Warte, die kenn ich mir nochmal kurz Oh Oh Wo ist sie? 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 Absolut nicht bei mir Wo ist sie denn? Ach da Ach, jetzt ist sie wieder an der Decke Da krieg ich die nicht Gegner Gegner Gegner, komm Ein anderes Team kommt Muss ich mal ganz kurz entgiften Lass die Tür mal bitte auf Ja, ich muss mich nochmal kurz heilen Das Scheißding hat mir voll in die Fresse geschlagen Ein anderes Team kommt, das ist nicht gut Nach weiter Nur die Frage von wo? Oh meine Güte, rastet die aus, Alter Ja, die ist ja voll auf Nahkampf Oh Rätschen und da die Zombies Ich sehe gar nix Grad mal Richtung Osten und Norden gecheckt Oh, die nervt, Alter Komm bitte runter Komm bitte runter Ich bin jetzt hinter mir Ist tot? Ne doch nicht Wow, okay Ich hätte eigentlich tot sein müssen Hm Und noch dummer Konntest du nicht sterben, ne? Soll ich banishen? Ja Aufgeschickt Die liegt extrem scheiße, weil die dumm ist Ich würde gern das rote Fasta verminen Ist nur ein bisschen gefährlich Nur ein bisschen Fast schnell Ich guck grad in den Wald Sieht ganz gut aus Das Fasta auch ne Konstantina Äh, der Alert meint man nicht Nur noch die Frage, haben wir vorhin für die Tür irgendwo ein paar Fallen oder irgendwas? Die ist verbarrikadiert? Ne, die große Schiebetür vorne Ich hab noch Alert für meins Hier liegen, hier liegen normale Ja komm, warte, da liegt ne Alert vorne hin Dann legen wir da die Fallen rein Ich leg die Alert Ich krieg keine zweite rein Äh, 105 Ost Warte, die lege ich Ich leg die eine nach oben ins Fenster, schnell Ja Okay, eben noch eins bitte Das deckt zu hart Ich muss den Ball heben Dieses Spiel Die Hive ist aggro Ja, warte Liegt im Fenster Ich werd mal rüber gehen, ne? Die Messern auch Okay Wo sind die? Da oben an dem Häuschen Da oben an dem Häuschen Ja, hab einen Ähm, ihr müsst von hinten Ich stehe hier mit der Bombenlanze im Gebäude Nicht am Fenster zeigen, da schießen die sofort rein Ja, alles gut, ich steh hier mit der Bombenlanze, falls hier einer hinten rein rusht Geht super Ist hier close unten? Einen hab ich und den Shot tot Einer hab ich Auf Dynamit Ne, war nur ne Brandbombe Einer liegt Einer ist hier hinter den Barrels Die sind jetzt beide bei mir close Einer ist hinten oben Wahrscheinlich gleich Pass auf, das von Böbel ist ja noch da Ja Ja die Falle Ist drin, die sind drin Nice Der eine ist unten bei der Tür Unter der Treppe Ach komm, ich geh da selber hin Ne, ne, ich seh es Ich seh es von hier Ist keiner Er war aber davor Da ist er aber jetzt nicht Der geht hier außen lang Ist er bei euch? Ist irgendwo hier in der Ecke Ja, hier unten Unter mir messert er Er ist da Ich hab ihn einfach mal angezündet Ich bin wieder drüben erstmal, ne? Ja Ich hab ihn einfach mal angezündet Er ist von links Könnte ein anderes Team sein Will jemand aufnehmen? Nee Mehr Steps Gerade nehmen wir nicht auf Ich weiß nicht, ob er das ist Oder ein anderes Team Er ist oben bei mir drin Okay Hab ihn Super gut Das war ein Typ unter mir Sind noch mehr Steps Ja Die werfen wir auch gleich was rein Joop Ich bin weg Ja, einer ist da unten Der eine geht bei dir hin Die Treppe hoch Hab sie Nice Bombenlanze Alter Ich hab sie wieder daneben geschlagen Hab sie trotzdem gekriegt Das Ding ist ja ok Jetzt könnt ihr mal Dingens nehmen kurz Ich nehm mal, warte Ich nehm mal Die Bomben Die Bombensäle So Ich hab nix gesehen Na gut, dann lasst er mal ein bisschen loopen Hier ist Precision Und Romero Handcannon Oh, ist nicht Ja, ich guck mal was der andere hier hinten hatte Romero Handcannon Romero Handcannon Ok Auch Precision Der hat das gleiche Haben wir jetzt hier oben zwei Tote drin oder? Ja, einer ist hier links Und einer ist da rechts Und einer ist hier hinten an einem Fass gestorben oder? Ja, da hinten hab ich verbrannt Und ist da unten auch noch ein Toter bei dir? Ne Also ich hab keinen mehr gehabt Ne ok, dann sind das drei Ich hab da draußen geguckt Ich hab gedacht, hier wär noch einer Hast du was gesehen? Also ich Ich hab nix gesehen Ich hab da draußen einen erschossen 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 Aber der wird glaub ich wiederbelebt Mein Fass hat sich wieder gerissen Das ist so geil Dolch, Alter Wo ist denn die zweite Brustsäle? Ach, da oben Ja, nehm die mal bitte Bei mir macht das ja keinen Sinn Mit der Bombe Hier war noch ne Falle Oh, machen wir jetzt ein Party Ja, einer kommt zu uns Oh, fuck Bleib an den Wir können das auch weiter verteilen Ja, komm Lass drin bleiben Leg die zweite auch wieder dahin Ich leg wieder ne Tripmine hin Ne neue Sind die Türen da noch alle zu? Ich mach jetzt alles wieder scharf bei mir Ja, die Türen sind noch zu Die verbarrikadierten Das ist gut Unten die eine ist kaputt gegangen Da fehlt die Barrikade Und wo kommen die anderen denn? Ich weiß es nicht Wo fehlt denn die Barrikade? Ich hab ne Äh Von Wo Ne, ne, das hat ja der Bell Sniper wahrscheinlich Ich stand, guck mich grad um Und krieg von hinten fast ne Hinten den Kopf weg Durch die halbe Wand Und wenn die Tür hier unten Die verbarrikadiert ist Hier ist doch nur eine Unter den Treppen sind zwei Eine ist hier vorne am Tor Ja, die ist zu hier vorne Und die und hinten Die hinten ist auch zu Ja, ja Gut, dann sind wir alle zu Na, dann hab ich jetzt ne Falle umsonst weggenommen Egal Die sind direkt vor mir Richtung Süden Richtung Süden Dann sind wir hier einfach alle wegkloppen Mach hier grad mal überall die Lichter aus Ja, genau das wollte er damit sagen Ja, weiß ich ja nicht So, warte mal Ich guck mal von hier aus Ja Einer ist da Von mir aus gesehen 160 Einer ist 135 Einer ist 105 Die verteilen sich grad ein bisschen Siehst du auch auf der Minimap Dass die sich aufsplitten Lass die nochmal kurz rüber Geh du mal rüber, genau Genau Gießen die da grad nochmal mit dem anderen Team rum? Da war... Die haben ja grad ein Emulator abgeschossen Ah, okay Oh, das wollte ich eigentlich nicht Aber kann man mal machen Schön Headshot Oh, das wollte ich jetzt eigentlich nicht Das tut mir leid Die rotieren, die sind an den Bahnschienen Hab ich mir gedacht Ah, die sind da jetzt ganz hinter uns Ah, die sind da jetzt ganz hinter uns Sind die da alle noch? Oder nur ein paar? Mal auf das Fass geschossen Ähm, der eine Wie gesagt, der eine ist unbekannt Weil den sehen wir nicht Einer ist bei dem weißen Häuschen Links davon Alle sind bei dem weißen Häuschen Einer steht da vorne Ja gut, du siehst einen nicht Ja gut, du siehst einen nicht Ich hab einen Treffer gelandet Aber... Eher nicht Oh... Spark Sniper Hm Aber man könnte mich aufheben Meine Scheiße Ja, vielleicht nochmal ganz kurz warten Die fallen richtig hart Ja, ja Lass... Lass von den Fenstern weg bleiben Sagt ja, nachdem er wieder gestorben ist Ach, wir machen einfach die Camper so wie ihn gerade Vielleicht klappt's ja wieder Ja Was war das denn? Hast du gerade eine Flair geschossen? Sag mal, mich nicht wiederbeleben hier, ne? Ey, du liegst so schön am Fenster Du liegst leicht... Leicht seitlich vom Fenster Probier's, probier's Die sind close Komm noch nach unten, was tust du? Läuft doch einen Meter nach vorne und dann nach links und... Lass mich erstmal orientieren Ach, du weißt doch wo du gestorben bist Äh, herrlich Sah aber lustig aus durch die Wand hier hinten Ich muss hier weg Ist hier gefährlich Ja, so ungefähr Einer läuft da oben an der Hüttel Ja Hättest gern Sniper, ne? Irgendwas ist ja auch close bei mir, ne? Ich glaube, das ist der dritte Hm Irgendwas läuft hier so... 41, 60 Das könnten nicht die anderen sein, die sind noch ein bisschen zu weit weg Oder? Na, vielleicht doch Also ich könnte von hier aus nix close sehen bei dir Hm, ich höre auf jeden Fall die ganze Zeit Steps rechts von mir Da unten, ja, da läuft einer Warte, geh weg, geh weg Oh Gott, geh doch weg! Lass mich doch machen Nein! Ich seh dreimal den Kopf und du bist dreimal reingelaufen und ich konnte nicht schießen So, das weiß ich doch nicht Ahhhh Muss mir schon sagen Ja, ich ping da nicht umsonst hin, wenn ich einen seh Ja, die ist da noch Das sind beide Frauen, eine in rot, eine farbige in rot und äh... Okay, Grüße Ich könnte mir grad vorstellen, das wäre übelst geil, wenn es die Bombenlanze in echt geben würde als Waffe Entschuldigung Ich guck mir die grad so an während ich kämpfe und denk mir... Die würde ich mir ins Regal hängen Ohne Scheiß Ich hab ja das Regal über meinem Schreibtisch, Alex, ne? Mhm Da hab ich schon geguckt Ich hab auch schon alles halb in den Warenkorb gelegt Da werde ich mir... Da unterhänge ich mir noch ein Katana hin So'n Damast-Katana, so'n teures Mhm Dann brauchst du auch ne schöne Scheide dazu Ähm, er kannte das nämlich dann separatet, das sieht supergut aus Hatte ich in meinen alten Wohnungen auch Wurde dann irgendwie entsorgt, weil jemand mochte das nicht Waffen! Ach, ich guck nochmal Scheiß drauf Einer ist 330 Grad, einer ist 0 Grad von mir aus gesehen und einer ist so 45 Grad Heißt, einer kommt durchs Kornfeld Hm Warte mal Ja, denn im Kornfeld ist auch der ohne Bounty Glaub ich Oder? Ne, das ist der mit der Bounty, ja, der ist fast am Weg Oh, äh Es kommt gleich bei mir rein Was? Ist von hinten Oh fuck Okay, Glück gehabt Da Nice Beide? Ja Ja Alter, du Tier Ich zünde die auch mal beide an, um Druck auszunehmen Nee, nee Ich will das nicht Gut, dann nehm ich mir die Bounty Da ist er Junge, hab ich mir wieder Camp gemacht Da Da läuft er, da läuft er, der hat nen Hit Läuft er hinten jetzt Wo sind sie denn? Ja Ja Ja, beide fahren in dem Raum drin Wo ist er? Da, wo ich gepinkt hab, da läuft er Genau hinter den, da an den Bäumen Ist nach rechts weg, ist nach rechts weg Da kommt noch ein, ne Ne, da kommt nix Ah ja, da, ich weiß wo, okay Ja, wo sind denn die? Ja Junge, da wo ich sie getötet hab Das ist der mit der Bounty und wir haben die eine, ja Ach, hier hinten Ich hab hier eine Bounty gerade schon aufgenommen Wenn ihr noch irgendwo Long-Armo findet oder so, oder ne Munitionskiste, ist ganz geil Warte mal, ich hab hier noch ne Battery Carabiner liegen, falls ihr das was bringt Warte mal, wo ist er jetzt? Dolch Precision Ach wie schön Ja, sind wir noch bei dem Baum in der Nähe Ja, ich seh ihn Da Sind die jetzt hier mal an die Olden Da vorne Hab nen Hit Ich treff ihn auf der Reichweite mit der Pistole nicht Wo ist er? Da, war er eben Da, irgendwo rechts Kommt hier ziemlich close Da ist er, da zwischen den Bäumen Da jetzt Da hinten Ah, verdammt Ach wieder Was stehst du da auch so offen? Entschuldigung Ja, wir sind immer im Vorteil Du stehst offen Er ist noch da, er ist close, er ist close Wow Wow Okay, da hat er mir hinter der Liste Du kannst mich vielleicht hinterher beleben Jetzt ist gerade blöd Er geht vorne zu den Toten Er geht vorne zu den Toten Oh, ich brauch mal ne Bombenlanze Äh, weiß ich nicht, wo die ist Weiß wo die ist, ich hör mir die wieder Er hört ihn ne? Nee Er ist rechts Der ist hinter Alex, close Aber sind die verbrannt schon? Nein, sind sie nicht, wir könnten die jetzt mal verbrennen Dann hol doch mal irgendwer was Ja Warte Warte, ich brenne, ich zünde die erste an Der ist hinten in dem, in dem Wasserrad Irgendwie so, nee, da ist wieder auf dem Feld Quer gegenüber Hier war Long Ammo, das ist schön Ja, ja, der ist beim Eingang Ist da noch, muss ich sie nochmal irgendwie da wegballern, oder? Beim Gate Ach, ihn hier, oder? Ja Jetzt brennen hier oben alle, die hier liegen Wow, Alter Ja Ja, sitz das aus, bitte Das ist echt nicht Ich bin weg, ich hab ihn nicht gesehen Bin schon wieder hinter der Wand gewesen Und er hat einfach direkt mit meinem Ding ins Gesicht geschutzt Prime River Ich glaube, ich liege aber oben ganz gut zum Wiederbeleben So richtig, ja Musst du mal gucken Aber aufpassen, dass er nicht vorne mit einem Schrieg durchs Fenster schießt Können wir uns rein zwischen den Türrahmen stellen Sei mal ruhig, Mati Da war ich zwar blind, aber ich hab's hingekriegt Pass auf, er ist glaube ich drin Er ist unten drin Er ist er nicht Ist der Scheiße, wer auch immer das ist, der Scheiße Oh Gott Drin Advent 樹 GG, easy pies Killed aus Deutschland willkommen Drift hype N trope Das ist richtig toxisch, Arsch, ich bitte. We are toxic, baby. Haben wir den jetzt alle drei gelootet? Ja, stand so. Wie geht das denn? Naja, in dem Zweig letztlich looten geht das. Wo wollen wir hin? Nach Osten oder was? Ich würde Ironworks laufen. Ja, lass uns aber Ironworks laufen. Aber das war gerade eben echt ein Arschloch. Ui, da ist ja ganz schön viel los hier. Nee, die hat er da vorne hingeworfen. Ja, besonders weil er halt so übelzart in die Fresse gedrückt hat. Der hat sich ne Millisekunde gesehen und hat uns alle nacheinander weggeheadshotet. Der muss halt wieder... Thunder Gaming Youtube, ich google ihn gleich mal. Ja, google ihn mal. Ja, vor allem wie geil, ey. Ich mein, was geht denn mit dem ab? Also ich mein, was waren das für ne Kack-Aktion am Ende von ihm? Ja, ist doch egal. Vielleicht war er ein bisschen größer, weil ich zwei Leute weggebombenlanzt hab. Weißt du? Bombenlanze, bombenlanze. Bombenlanze? Junge, ich hab glaube ich sechs Leute weggebombenlanzt. Das Spiel ist wirklich sehr gut gelaufen für mich. Ja, für mich nicht so. Der macht ja nix. You guys were getting destroyed. Na, er ist ja bei mir am zuschauen. Was soll das? You guys were getting destroyed. Dass wir zerstört wurden. Wir wurden zerstört. No, we destroyed you. Don't snipe, get crossbow. Oh, Bombenlanze. Get the Bombenlanze. Wir sind überall Viecher, lassen wir links rumlaufen. Wir wurden zerstört, ich glaube nicht so. Bombenlanze, Bombenlanze. And every kill we got was with a hype. 3 Resistion and you stayed hidden, lol. Ich hab den. Ich hab den nicht, der rennt die anderen vorbei. Alter, könnt ihr mal bitte aufpassen. Ich lauf da grad lang und vor mir auf dem Boden knallen die Kugeln, ey. Wo wollen wir eigentlich hin, sag mal? Wollen wir den in Iron Rocks, ey? Ja, eigentlich schon. Wir wollten nur die Straße nehmen, das ist gesünder für unsere Füße. 4 Kills, die ihr euch vermisst wie hell. Ich hab den mit Mosinagant fünfmal gefangen. Mein Freund. Schön, vielen. Ich hab den viermal gefangen, lol. Ich glaube, der ist niemals böse, weil er nicht verloren hat. Könnt ihr? Ja, er ist mad. Are you mad, my friend? Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Why are you mad? Hier sind vier Hunde. Warte mal, ich hab grade... Oh fuck, Hilfe, ist irgendjemand? Hilf mir, hilf mir. Wo sind die Hunde? Ne, der eine guckt hier aus der Wand. Genau, der. Wo ist der Rest? Der ist schon tot. Achso. Ich brauch ihn mal so frei. Warte mal, mach mal nicht. Ist der immer noch böse auf uns? Na, downed you four times, lol, ma. Ne, gut, das ist ja nur das gleiche wie vorhin, oder? Er hat uns, er hat uns zwar, ne, abgeschossen, aber... Seine Mates, but your teammates died, so... GG, easy. It's a team game. Not a solo rush. Da ist der water devil den holen. Warte mal her, wenn er herbomt würde. Bomben lancen sind so wunderschön! Würde ich eine heiraten, dann würde das bestimmt gehen. Alter. Tua, hey. Warte. Okay. Celebration. No. It's Celebration. Ja. Genau über euch, ja. Was machen wir? Weiter campen. Das funktioniert. Nicht dich zeigen, nicht dich zeigen, nicht dich zeigen. Wo liegt sein Mate? Da? Ist das der hier an der Tür? Oder da, wo diese Bounty liegt? Da, wo die Bounty liegt. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Das ist einer von einem anderen Typen, glaube ich. Ne, ne. Guck mal, wo er ist. Ja. Unten ist er. Fahr mal in der Leiche in der Richtung. Ja, ich höre ihn. Läuft jetzt Osten. Alter, dass ich den gehadshotet habe da hinten. Das ist genau da. Ist jetzt direkt der Mati. Warte mal mit dem Verbrauchen von dem Boss Boost. Ey. Er hätte noch einen Big Dynamite Bundle. Aber ich komme hier nicht schön an der Pose. Ey, blöd. Ich glaube, der hat bestimmt Dolch oder so. Ja. Na Pro, ja. Aber er hat ja noch eine Bounty, ne? Also der andere, der jetzt hier rumläuft. Ja, aber... Der müsste noch eine Bounty haben. Ja, aber dann musst du mal gucken, dass er nicht rotiert. Auf einem Minimap. Ganz rechts bei einem... Bei dem Versorgungswagen ist eine Bounty jetzt gerade. Ja, der rotiert hinten rum und will seinen Mate dahinten wieder beleben. Dann hol dir mal die Bounty, Mati. Schnell. Weg. Weg. Komm, dann wieder belebliche. Pass auf, da war noch eine Falle drin bei mir. Der ist da, in die Richtung. Ich hole einen Alex. Gut, ich heile mich mal kurz. Ja, ich brauche meine letzte Sekunde auf. Ja, der ist... Der ist da, da. Ja, 3,30. Der will zu seinem Mate, definitiv. Ich habe eine Scheiße Deutsch. Ich habe keinen Fernkampf. Dafür liegt da hinten noch irgendwas? Hier liegt eine Sparks. Ja, hier liegt jede Menge. Der ist fast bei seinem Mate. Der ist fast bei seinem Mate. Warte. Ja, der ist jetzt 3,45. Wo liegt das Mate? Irgend... Oh, da kommt die Würmer, kommen, die Würmer, kommen. Wo liegt der Mate? Irgendwo auf dem Häuschen, auf dem Turm. Ich töte jetzt mal den dicken Gerät mal auf den Sack. Ja. Warte mal, ich gucke mal. Ja, der ist hier 3,45 vor uns. Der ist genau bei dem Wagen da unten. Mal von hier hinten. Mich jetzt nicht aufheben. Weiter nach rechts gucken, weiter nach rechts gucken. Da unten... Da unten ist er. White shirt. Warte, ich versuche mal ein bisschen zu rotieren. Ich höre ihn auf jeden Fall crouchen. Er steppt da auf jeden Fall. Ja. Da ist er. Shit. Mal hinpingen, ich weiß nicht wo die sind. Da. Hinter dem. Warte mal, ich belebe dich wieder. Ich belebe dich wieder. Ich hab nur noch einen Balken. Egal, egal. Das ist jetzt klappen. Die M zu dir, Alex. Vorsicht, die M zu dir. So wissen die das. Das ist die Tante. Das ist die Tante mit dem... Ja, der weiß viel. Wenn der Tag lang ist. Aber irgendwann müssten sie ja den Boost auch mal aufgebraucht haben. Ja, aber wenn er hackt, dann weiß er halt mehr. Ja. Was willst du, Alex? Der läuft, der läuft rum, der läuft rum. Der hat sich da hinten verkrümmelt. Nee, die hat er ja. Und wir haben ja zwei. Naja, aber es muss ja noch eine Shit hier geben. Ja, er hat einen und wir haben zwei. Und äh... Nee, ich hab zwei und Rosselöffel hat einen. Ach so, ich hab zwei. Ach so. Irgendeiner von uns hat zwei. Ich hab nur... Eine, glaub ich. Der ist links. Der ist links. Der ist links bei seinem Mate. Los dann schnell, 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 schnell. Da in die Richtung. Er ist oben auf dem Bunker drauf. Auf dem Bunker. Der Mate ist irgendwo unten. Hab sie angehittet? Hab sie angehittet. Ist jemand links von euch im Wasser? Nein. Da hab ich Steps gehabt. Ich hab... Seinen Mate hat er wiederbelebt. Ich hab ihn runtergelebt. Der ist wieder tot. Der ist jetzt hier. Der ist links von dem Haufen. Da liegt auch das Mate. Ich hab rechts. Und halb irgendwie die Mitte. Ich weiß jetzt nicht, wo er reinkommen kann. Der ist da, war er. Da liegt auch sein Mate. Sein Mate liegt genau hier. Ja. 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 Ja.